Eine Lüge. Das war doch jetzt sowieso schon klar, oder? Irgendwie ja nicht mehr. Meinen ja nur. Ich will euch allen jetzt nur bitte einen Tipp geben. Für die, die es noch nicht wussten, springt in dem Dorf niemals in den Schaubestein. In welchen Schaubestein? In welchen Schaubestein? In welchen Schaubestein? Ach, da oben! Ja. Alles leid dann, da kann man nur reinspringen. Und dann ist man einfach tot. Das hätt ich auch sagen können. Ich hätte mir das nicht sagen können. Man kommt da nämlich nicht mehr raus, deshalb muss man da eigentlich insta-kill sein. Man ist einfach tot. Ah, unidentified buddy. Mit der McChief war ich überhaupt nicht klar, ne? Echt nicht? Das ist meine Lieblingswerfer. Hab dich gefunden. Jetzt kuscheln die sich in der Wärme. Das sind so sehr von mir weg. Was ist von dir weg? Du wolltest so unbedingt von mir weg, dass du da für den Kamin gesprungen bist. Nein. Ich dachte nur, ich geh irgendwo hin, wo es heiß ist. Er wollte Weihnachtsmann spielen. Aber bei dir ist es ja schon heiß genug. Echt? Darf ich hier bezüglich? Du, du hörst auf, was du sagst! Ich könnte jetzt so ein Synto-Niveau machen. Ich könnte jetzt so ein Synto-Niveau machen. Hallo, Deserts. Das ist ein Paradox. Nur mal Google konnte Synto-Niveau finden. Deswegen. Weil wenn Ju schon extra sich vorbereitet und in den Kamin springt, dann ist er ein warmer Schau. Alleine zu. Alleine zu. Alleine zu. Du lässt mich hoch auf. Du lässt mich hoch auf. Ja klar. Du darfst immer hoch, wenn du willst. Hier, guck dir. Der Weg ist frei. Du bist bei mir. Ich bin bei Chu. Ich bin ein Detective. Falls ich sterbe, es ist Chu. Ah, Chu hat einmal geschossen, aber nicht auf mich. Und er rennt mir immer noch hinterher. Das war schon knapper. Das wird mich treffen. Chu verfolgt mich weiterhin. Hallo, Chara. Ich hab's gehört. Ach du heilige Scheiße. Von der Silence AWP. Also der Trailer hat seinen Schuss weg. Da bin ich so sicher. Okay, das heißt, es kam da auch hin. Ich glaube, es war von Richtung Schiff. Der Schuss kam von Richtung Schiff. Detective, komm mal her. Wer ist Detective? Ich bin Detective. Das ist so. Ja, ach was. Das wust du. Ich wusste nicht. Es kam vom Schiff. Wie auch immer. Es war der Schiff. Ich war gerade unten in der Burg. Und da ist mir. Julian, wo warst du? Wir waren in dem. Wir waren da oben in der Burg. Aber da. Ja, genau. Von daher kam der Schuss. Da hat es nicht gezeigt, wie ich mich umzubringen. Genau. Und ich bin nicht in die andere Richtung gelatscht. Aber ich habe keinen Schuss. Ich habe meinen Schimmer zur Reise. Hm, okay. Ah. Auf jeden Fall jetzt doch einer Silence könnte es noch geben, ne? Äh. Ja klar, aber der eine hat es auf jeden Fall schon weg. Hey, da kannst du mal ganz auf mich aufpassen. Ich könnte jemanden lauter stellen. Du ich. Moment, warte. Ich will sie schubsen. Fuck. Ey. Macht ja keinen Schaden. Ey, Eki, Eki. Okay. Eki. Ich habe keine Muni mehr. Ich hatte nur so wenig. Wo ist denn der Eki? Weiß es nicht. Das ist Alex. Am Turm, am Turm, am Turm, am Turm. Ich bin am Turm. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Hinten am, hinten am Wasser geht er jetzt. Nein, das tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. Es tut mir leid. Hier liegen schon ein paar Leichen. Wer ist hinter dir? Ich will nur sagen, dass ihr jetzt jemanden getötet habt, während der AfK war, ne? Ach. Er hat sich doch schon wieder bewegt, oder? Nein. Aber das war nicht so ein bisschen... Aber das war nicht so ein bisschen... Wurf. Oder war doch das Eki? Nein, ich hab... Ich war das nicht. Ich hab gesagt Eki und hab dann in die Luft geschossen. Das tut mir echt leid. Ich hab da nicht noch dran gedacht. Ich bin mal... Äh, welchen Map überhaupt genau? Was ist das? Eindeutiger Vote. Nein, ich will Toxic Waste. Ach, ich will ja best... Ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne den Vote. No, close one. Ich hab mir das nur alle aufteilen müssen, so. Wohin? Nee. Dann wär das, was am weitesten oben links ist, dran gewesen. Wirklich? Ja, also... Das ist... Also wenn... Wenn jetzt einer halt das ganz oben rechts macht und das ganz oben links macht, dann gewinnt der ganz oben links. Oder wenn einer das ganz oben rechts macht und ganz unten links, gewinnt auch der unten links, weil das sozusagen... Erst links runter geht und dann rechts runter. Ja, genau. Man gewinnt halt immer das vordere. Ach so, aber Strangerine Label, das kann ich ja wieder rauskatten. Wie immer. Oh... Wusste, dass True is war. Warum? Weil du mir so hinterher gerannt bist und äh... Ja, das mach ich aber wirklich ständig. Er hat es gerochen. Nicht. Weiß nicht. Merkt man einfach teilweise. Waiting. Oh. Hast du diese tiefe Verbundenheit mit True, dass du es immer weißt, oder wie? Nein. Das kann mich irgendwie zu dir an. Das ist ein Gesprächsthema von vorhin passen. Bei einigen Leuten merkt man es einfach teilweise so... Oh, Traitor. Okay. Das würde mich jetzt aber mal interessieren, weil eigentlich habe ich jetzt ganz normal gehandelt, wie immer. Kann ich sagen, woran man das dann erkennt, aber es ist einfach so. Deswegen. Du warst einfach zu normal. Oh. Das ist das halt auch echt teilweise. Aber ich habe meinen Traitor-Kollegen verraten. Genau. Wobei ich dann letztendlich gesagt habe, dass der Schuss vom... Ähm... Vom... 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 Schiff kam, obwohl er vom Turm kam. So, die Aufnahme läuft wieder. Du, ich... Du, ich weiß, woher er es wusste. Woher? Die Wand hat es ihm gesagt. Oh nein, Alter. Komm nicht... Ich weiß... Warte... Gibi. Ich bin... So spät connected. Ich bin nicht in der Runde dabei. Dann darfst du ruhig sein. Einfach weil... Du kannst das Glas kaputt machen. Freier ist bei mir. Hast du deine Waffe? Jaaa. Ich bin glücklich. Soll ich dir jetzt wieder nicht hinterher... Äh, soll ich dir jetzt wieder hinterherrennen, damit du wieder denkst, dass ich Traitor bin oder soll ich ein Wüchgel weg? Warum tust du das? Weil ich neben dich geschossen habe. Gut, weil das klang jetzt... Es war für mich jetzt grad wirklich so aus, als würdest du auf mich schießen und einfach nicht treffen. Nein, ich habe eindeutig neben dich geschossen. Hoiii. Schwiebeln. Selbst wenn ein Schuss von der USP getroffen hätte, das macht keinen Schaden. Ach, die USP, Alter, die hat da sowieso keinen Schaden. Ja, also. Auch wenn man gut trifft. Ja. Hallo, wie ist das denn? Ja, ja. Guck mal, ich hab mal ne, das schiebe ich dir hinter. Nein, danke, das kriege ich nicht. Oh, nein, nein. Okay, mach's bei Marc. Das ist okay. Oh, nein. Oh, nein. Äh, ih, äh, äh. Hast du mich geschlagen? Der mit dem Crowbar. Kannst du auch mal machen, schlag mich. Oh, ey. Verstehe. Das macht echt ganz schön viel Schaden. Ich wusste gar nicht, was das 20 Schaden macht. Ich dachte, du sie. Rutschen eigentlich erlaubt? Nein, weil das ist ein später Test. Weißt du wieso? Oh, du hast es jetzt gerade gerutscht. Äh, du schlag mich auf mich, Eki. Ja, richtig. Ich hab's nicht gehört. Eki. Warum soll sowas ein Traitor-Test sein? Ich hab nicht geschossen. Du hast an mir vorbeigeschossen eben. Also jetzt Eki töten oder nicht? Meine Frage... Eigentlich schon, ja. Er ist bei den Kabinen. Meine Vendete. Ich bin da auf dem Weg zu ihm. Zu den Kabinen sagst du? Ja. Sagt er. Da ist jetzt meine mittlere Kabine im Moment irgendwo da. Was sagst du? Da ist Alex. Alex kommt auch dahin. Oh nein. Meine Mausbatterien sind da. Ich bin unfähig. Kommst hier nicht mit hoch? Nein. Wir sind ja einfach mal alle Kabinen durchsuchen. Äh. Ich stehe gerade in einer und bewege mich nicht. Aber pass auf, dass wir dich da nicht aus... Okay, Eki ist du. Eki ist tot. Hast du ihn getötet oder? Nein. Der lag da einfach nur in so einer Kabine drin. What the? Darf es nicht. Vielleicht fake. Äh, warte, warte, warte. Fake-Leiche wollte ich jetzt auch gerade fangen. Ja. Ja. Er lebt noch. Weißt du das jetzt? Rück-Tab. Lebt nicht unter uns. Stimmt. Nein. Hat das eigentlich gedacht, dass man bei einer Fake-Leiche dann direkt unter Tod oder so steht? Nein, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich hab ihn. Tut mir leid. Ich dachte Eki wäre es noch. Sorry. Ja, das ist gut. Weil ihr standet so ineinander. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich will mal... Hey, ich wundern, ich bin bloß gegen die Wand. Haben alle drei auf Eki geschossen? Ja, also ich... Ich hab nicht auf alle geschossen. Also gut, ich hab auf alle geschossen, als Eki dann tot war. Ja, okay. Dann heißt das nicht unbedingt, dass Chaya es ist. Hallo? Hey. Da hingeworfen. Bis gut. Ähm, nicht wundern, ich schieß mal kurz gegen die Wand, weil ich was sehen will. Ah! Kann's sein? Er ist aus, Traitor. Ach, ich mein. Du hast die Wand angeschossen, er ist Traitor. Ja, 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 ja. ...hau, ja, 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 ja. Verlebten jetzt alle ... Hat Marc halt auch der Sniper? Nein. Weiß ich nicht. Ich glaube er hat die SG 553 oder wie die heißt. Ach so was? Die sieht fast so gl.. Ja. Es ist genau so was. Hier liegt ne Farmer. Apropos hat eigentlich der Traitor, die hat Eki noch irgendwelche schönen Tools dabei, die man aufheben kann. Äh, ich hab nen Teleporter bekommen. Ja, ich will den haben. Ja, komm her. Ja, nein dann nicht. Böses was hast du eigentlich für ne Waffe? Äh, grad ne Rifle davor hatte ich ne Handheld Rifle. Boff, wo bist du gerade? Back. Ich will dir die Leiche von Ekke bringen, damit du den Punkt bekommst. Äh, ich leg sie bei den Kabinen ganz an. Ja, lass sie da. Bist du das? Ok, ich geh weg. Du magst es ja nicht so, wenn ich in deiner Nähe bin, mich gehört. Er hatte keinen Punkt mehr. Hä? Oder war das die Fake-Leiche? Nein, ich hab nicht die Fake-Leiche. Er ist ja tot, ich hab ja gesehen wie Alex ihn getötet hat. Nee, nee, er hatte keinen Punkt mehr.